Du 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 Ich bin auf eine Runde und dann guck ich einfach noch was du jetzt. Ich bin auf eine Runde und dann guck ich einfach noch was du jetzt. Mach doch den Ton aus. Alter. Papa? Hardly fucking fly. Mann, bei meinem WLAN, ich flieg immer aus dem WLAN raus. Da steht auch sehr viel Tierenfehler oder... Ja. Come on, come on. Die Filze ist da, er konnte dich holen, er wird dich holen. Tyler? Ja, jetzt hältst du wieder mit Spinnen. Ja, ja, ja. Warum? Nein, ich habe eben 18 Kills gemacht, ne? Sniper-Modus. Sniper-Modus. Hi, wie klar. Und mit Trio Arena? Nö. Na, aber selten, ich muss irgendwie fast immer nur mit. Äh, wir haben ja fast nur ein Hit. Man muss einfach noch auf den Bauch ziehen. Ja. Ach, man muss in den WLAN-Shot. Die Gegner waren trotzdem ein bisschen anstrengend. Am Ende, vor allem, du bist halt so angespannt, finde ich. Was soll die Welt? ich auch aber bei mir leben 71 gegner ich habe null kids und bin sony steps und da ist niemand dann gucke ich meinen stream lassen abo lassen ich bin ich war ein 31 abonnent das war das erste mal wo ich abonniert hätte oder der neuen zwanzigste glaube ich bei mir war es teiler 692 also ich soll ein abo da lassen so ruhig noch mal auf mich wieder der und jetzt nein ich gucke gerade auf meinem handy ne ich hab's ja nur leid lassen schreibt was in die kommentare schreibt mal essen rein aber klein geschrieben ich gucke ja dann noch mal ein wissen ob das geht wieso wird man jetzt nicht einfach behindert ist hier geht mich nicht kann ich nicht blockiert was was ist ich spiel gerade arena hat nur sechs punkte bekommen ich bin aber ohne ich will man ich habe das ist ein flug effekt also ich habe diesen lilan effekt das ist ein anzeige ich dachte schon wie ich jetzt in trio reingekommen ich habe teile das war bei dir auch passiert oder da war es irgendjemand anders ich habe meinen kreis minus punkte bekommen das war richtig behindert haben wir meinen kreis keine minus punkte machen kann ja sweet die grunze machen wir gleich war der ganz kurz bitte er kann was dir was fliegt er zu mir was denkt er sich sogar hat überhaupt geschossen jetzt mal real talk nein also nicht lehren kannst gucken kannst gucken abo gegen abo sweet die grunze eben abonnieren ich hatte dich schon abonniert irgendwann du wirst es nicht verarschen bei dir ist der stream verzögert du lappen ich mache häufig trickshorts einfach nur für die klicks klickbait 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 hier ist ein gegner trickshot hier schießen noch welche ach da seid ihr meine hübschen meine hübschen meine hübschen hallo hä ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen wollen wir irgendwas spielen irgendwas ja lass mal einen solo one shot rein joinen versuchen ich bin grad an einem solo match im bart ganz kurz ja egal ja das meine ich ja ich und levin waren ja vorhin drin wir sterben beide von dem sein also normal so so bitte mh mh ja ja esicky kommen im stream Lazis löwen Ja, ja, ist Levin Leertaste 0-9. Der 0-9 ist halt, er ist von Dortmund. Ja, er ist ja Dortmund-Fan. Dritte, ach, macht ihr Solo alle? Habt ihr? Solo One-Shot, ne? Ja, habt ihr? Ja. Ja. Ausgewählt. Fuck, Digga, ey nein, jemand hat mich bei Solo One-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot. Er hat mich tot, Digga. Warte dann, dass sie warten, bis er tot ist. Nein, Mann. Okay, Levin, Alter, 3, 1, 2, 3. Ah, boge! Ah, boge! Warten auf Server? Hat noch Server? Trete den Server bei. Naja, das kommt, ja, trete den Server bei, lädt. Läd. Ja, bei mir kam vier später, trete den Server bei, aber dafür war ich sofort drin, als es da stand. Sag, von wo der Bus kommt, du sagst zuerst und sag, wie viel Leben. Ich sag, wie viel Leben, du sagst, von wo der Bus kommt. Wie viel Leben in der Logo. Es lebt. Nanofolix, YouTube, hi. Nanofolix, YouTube, hi. Herzlich willkommen im Stream. Oh, ich bin drin. Äh, warte. Der Bus kommt von Happy. Nanofolix, Abo gegen Abo können wir machen, hab dich abonniert, falls du willst. Also, ihr könnt euch zwischen abonnieren, Tyler. Auf dem Kanal einfach drücken und dann zum Kanal und dann... Wie viel Leben bei dir? Auf dem drücken. Von wo kommt der Bus? 99, Happy. Levin, welchen Skin hast du? Ich glaub, du bist genau neben dir, oder? Ich bin... Nein. Welchen Skin hast du? Ey, ihr müsst'n Skin nehmen. La Sorti, La Sorti. Ich lande auf dem Berg. Hab dich auch schon... Ich hab den Skin, den ich zu... den ich mir an und im Glut gekauft hab. Ich hab Eisbiss, den 30 Euro, den 20 Euro. Jan Sanemann, Moin. Ah, ich weiß nicht. Schweine oder Moinix. Eisbiss heißt er. Ey, Junge, Tyler. Hast du nur zwei Skins, oder wie du sprichst du? Und dann sind so ein Soldat und... Boah, das meine ich. Ich hab ne Schwitzer Skins. Ich hab auch Battle Pass, aber ich find Battle Pass Skins sind jetzt nicht so die schönsten. Season 4 war Battle Pass geil irgendwie noch, aber... Oh, nur Season 2, Season 3, Season 4. Mehr war denn auch... Ja, ja. Ja, ja. Also, genau. Weiß man? Keine Waffe. Ich bin... Ich komm jetzt Backstein pushen. Ey, ich verkack den Sprung. Ich hab dich ganz kurz gesehen, obwohl... Nee, doch nicht. Obwohl du jetzt... Was? Hab einen. Ich hab noch gar keine Waffe. Ja, er hat's aber nicht mal gecheckt von wo. Und es geht wieder hoch für mich. Wo sind die nächsten Gegner? Oh, verkackt, Digga. Ey, 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 ey. Das ist so... Das ist die... Ja, das bin ich. Ich hätte dich absolut getötet. Ah! Der Gegner, was hat er für name? Wolltest du helfen? Äh, vielleicht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, keine Sorge, keine Sorge, hab ihn. Ah! Okay, nicht vom Blaues. Darfst du? Ja, ich bin das. Zieh du mal weg. Trick. Trickshot. Wo sind die voll Idioten? Der ist aus diesem Kackhaus. Der pusht sich grad. Der fliegende bin ich. Du bist so... Ich bin auf deinem Haus. Ah, ich bin grad weggegangen mit Schock, weil ich bin bei dem Turm. Ganz hinten. Bei welchen Turm? Ich bin grad weggegangen mit Schock, weil ich bin bei dem Turm. Bei welchen Turm? Ach, da. Ich bin grad weggegangen mit Schock, weil ich bin bei dem Turm. Mhm. Ich weiß. Seht ich auch. Oh! Der neben ist einer. Ich komme. Dieser Scheiß. Wo bist du? Wo? Ich bin hinter dir. Ablobieren. Okay. Das ist ja kein Team, weil wir keinen zusammen töten. Ich seh ich auch gar nicht. Wir müssen so tun, als wenn wir uns befeiten. Deswegen hab ich mit Absicht daneben geschossen. Nicht mit der Waffe. Die trifft. Die sprichern. Los, go. Erle? Ja. Wer hätten sie noch welche? Guck mal bei dem Backsteiner aus. Die werden schon gepusht. Keine Sorge. Oh, das bist du, Digga. Ich dachte, wie kannst du den so schnell dahin kommen. Ah. Einen hab ich. Meiner ist noch auf blauen Haus. Ich komme zu dir. Ich bin auf blauen Haus will ich erst haben. Der fackt nicht ab. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin das nicht gelassen. Ich hab Angst, da ist ne Falle. Ich hab Angst, da ist ne Falle. Geh du auf ihn einfach. Achtung hinter dir. Hinter mir? Ich hole den. Ey fuck fuck. Oder er holt mich. Ey. What? War das der Wort? Nee, nee, nee. Nein. Achtung, da ist noch wer. Oh no. Oh no. Oh no. Ich bin noch mal, du Lappen. Hat er getan. Hier ist ein Trap auch. Ja. Andererseits ist ein Trap. Andererseits. Ich hab extra am Boden geflogen. Oh, das ist gut. Oh, ich hab's mir geglaubt. Oh, ich hab's mir gef arg. Ich hab's mir geförd. Ich hab's mir geförd x2 Ich hab's mir geförd x2 Ich hab' mich gemerkt. Ich hab' alle geförd x2 Ich hab' alle geförd x2 Ey, er fliegt hoch! Ey, ein U, so ist das wieder. Ein U, so ist das. er wird man von die oder nicht noch ein anderer hat den anderen wir können nicht gewandt werden wir töten keins zusammen es sei denn wir gehen mit spitze darauf ich bin auch sorti berg hast du ja ich habe auch dich geschossen ich habe einen zuschauer ist ja ich muss noch tun jetzt wenn ich auch die ich schieße mit absicht daneben er guckt nicht mehr zu ok weiter geht diese kann man ich nehme in kondition ist bereits ganz voll ich gehe nach tippen lassen das wird mir richtig viel außer sniper money bringen es kann wirklich in der nähe von titel genuss guckt ja er war ein bisschen knapp ja trotzdem war ein bisschen knapp ich habe ein baum sondern rein nach einer ja ich klöpste nenn mich gott hier ist auch immer eine leiche recht die scheißen immer rein titel ist für mich die schlimmste stadt im sniper modus die überlebe ich nicht hier ist viel zu viel los ich bin da irgendwer hört sich dann so eine hütte ich bin auch der riesen berg ich bin ich komme zu dir nicht nicht erwarten dass wir drin in der hütte ich werde gepusht warte 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 jetzt nicht glaube ich mein brust weg ich habe nicht auf dich geschossen mann du spaß schon gehe ich bin unten im fall jetzt mit einem mann schuldig doch eben laufen ist das vorne habe ich nicht gesagt was ist der kasten code nein wir können was ist ich habe kostet noch vom letzten mal drin sorry seid ihr in einer party ja kannst beitreten ich habe ihn übrigens ne tut mir leid aber auch das besuch ich wollte auf die schießen hatte ich bin zu kurz auf karton light rims aber wer trotzdem schön wenn du abonnierst weil dann habe ich viel früher kaste also dann mache ich kosten zeit ich spiele auf switch ich kann nicht clips schicken aha ich auch nicht weil ich mache ich mache ich mache ich mache ich mache ich noch das links unten von der an einzelne was ich bin auf dem baum oh mein gott das bist du okay hast du den geholt hast du den geholt das glute gerade ich höre gerade beide geholt hast du denn digga vier bloß bist du das hier mit dem bambu und ja er macht glaube ich das ist so langweilig ja nimm mir ein spiel was besser ist 6 10 zuschauer herzlich willkommen im stream erst mal an alle ist alle bitte ein abo und like da würde mich ganz doll freuen ja nimm mir ein spiel was besser ist was ja mein lieblings spiel ist fortnite was im moment noch am meisten innen im moment mein kopf 120 millionen user fortnite 250 millionen user ja aber du musst auch mal bedenken wie lange es mich gibt und wie lange ist ja das ist krasser vor minecraft gibt es ja länger das ist ja das krassere und du bist es hier unten bei dem ich bin oben ich bin oben beim camp feuer beim polar peak ja 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 das meinte ich ich meine genau das ist genau hinter dir die ich erschreckt den großen burscht aus denen unten als sehen ich werde sie in den busch weggeschossen ja ich mich auch er weiß nicht wo du bist ja ist auch besser das ist oben bei dem berg ist oder beim pola aber er sieht nein ich bin auf dem flaschberg nein 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 erst bei dem bergenden das ist doch kein berg da bin ich doch ja ich bin bei unserer route ich bin jetzt auf einer seilbahn vielleicht ja 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 er ist auch immer noch auf dem berg er ist jetzt genau das habe ich ihn gesehen er will sich den gut geilen weil das bessere nutzer hat immer zwei jahre wäre würde ich ihm auch empfehlen die shadow zu nutzen oder kann gleich zwei mal treffen der legt auch mega jetzt steht vielleicht sogar mann herr springt einfach nicht ab zweimal x gedrückt ja war er ist ein bisschen so gut kostiger kranker typ kranker typ ist ganz am ende gekommen oder wollen wir versuchen uns im solo zu streamen und dann einfach in der weitesten kommt machen ich habe ihn schon abonniert oder nicht ja habe ich schon äh levin bist du bereit also wir machen wieder bei 3 bereit Paul Kula rein warte 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 das ist ein normales Solo machen und dann wer weiter kommt doch ja du erschaffst du den Modus nein bitte nein bitte nein ich spiele jetzt bei normales Solo ja dann sag wann du rein joinst oh da erzähl du bist du rein 1 2 2 3 3 warte auf Server ne doch nicht ja warte auf Server ja warte auf Server verstrichen suche Match warte auf Server 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 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 7 7 8 9 8 9 9 9 10 10 9 10 11 12 15 15 15 14 15 14 15 15 15 16 15 Das T muss klein sein, aber egal, Dion, das T muss klein sein. Oh, wir spielen Objektjagd zum Einspielen. Die Gruppe ist öffentlich, dann musst du nochmal Spielmodus auswählen. Ich lade ihn über Party ein, warte ganz kurz. Ich mach ready, bin gleich wieder da. Gut, ich verlässt erstmal wegen Internet. Ich kann halt immer noch nicht beitreten. Ja, dann musst du Spiel neu starten oder Spielmodus auswählen. Der automatisch schreitet zu einer Erkenntnisstätte. Ich verlass Party. Bleib locker. Ja, bleib locker. Ich werde das jetzt mal nur sagen. Du musst deinen Fridor schon einladen. Ich. Atlantis. Wieso Atlantis? 6.0 werde ich davon machen, oder? Ich will nicht drauf drücken, sonst fliege ich wieder raus aus dem Game. Das ist meine Burg. Soll ich euch mal meine Burg zeigen? Nein. Nein. Oder geh du kurz rein. Nein. 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 Wenn du fertig bist. Was dann? Zeig dir dann. Ich sag dir dann. Hä? Der letzte. Oh wow. Hast du den Account der Clantise heißt? Fies, wenn du noch einmal Thies sagst, äh, Teze oder so, krieg ich dich. Er war einfach da die Trap. Äh? Du hast deine Trap da gesponnt? Weiß ich nicht. Noch nicht. Das ergibt mir schon wieder so richtig Sinn. Fortner Ysler. Ähm. Eine Frage. Wird sterben, ne? Warum? Was? Weil ich hab Gold starb. Ich dachte jetzt, weil irgendwie die Zone schon da ist, aber ne, weil er, weil er einfach ein bisschen gut ist. Bisschen lass mal beide Team und auf ihn gehen. Ich würd's so Karma finden. Nein. Er hat AK überzeigt deine Lade. Digga, du hast ein Ska. AK ist die behinderte Waffe. Ich kenn's nicht behinderte Waffe. Es geht besser als ein, besser als er ganz. Ich hasse es so sehr, wenn man... Der ist unten. Der ist unten. Push doch den unten, Tyler. Hast du gemacht? Vielleicht baue ich auch, wenn ich nach unten gehe, oder? Ja, auf dem Meister. Du mit ein Schwerch, Hattel. Ich geh... Ich geh einfach... Oh mein Gott. Pff. Warum? Ja? Die werden beide nicht sterben, Tyler. Ja, man. Er hat nicht mal gewonnen mit nem Kill, oder? Ich weiß nicht, aber. christin haben hat sein kanal abonniert danke ja man ja warum meine was die ganze kreis hat keinen sinn gekommen ich stand so und hier Wow, Atlantisches Fickchen. Ja, was startet das Game nicht? Das Game startet einfach nicht mehr. Jetzt startet es. Hä? Ah nein, hä? Kann ich, kann ich das Spiel beenden? Äh, die kann man immer gehen, aber man kann nicht bauen. Äh, ey, man kriegt immer wieder eine Trap. Jetzt gucke ich zu, nice man. Ey, jetzt geht's los. Kann jemand nur noch? Ja. Ja, Leon, ich hab das schon gelesen. Wir hätten alles überlebt, ne? Keiner, was wäre, wenn ich da in die Tlai, in die Tlai, in die Tessa reinkomme? Dann wär's gut für dich, oder was? Wirst du jetzt sagen? Dann musst du ja erstmal ne Bewerbung machen. Was? Oh, kein Bock. Ja, einfach Kraytel spielen. Möchtest du mal, wie dich die Killer in Kreativ? Hm? Möchtest du mal, wie dich die Killer in Kreativ? Hm, du kills, nie nimm mal. Möchtest du mal? Hm, ich denk nochmal in dem Folien an die ersten zwei Traps im Bild. Ey, wird's Widersterkernung, ich hab immer den krassen... Äh... gemacht. Ah ne, der ist jetzt Stormsterge. Ah ne, nicht unbedingt. Den haben wir erst in der Pisch jetzt. Tryhard heißt der. Der war Tryhard, man. Dafür, dass er gegen Thailand verkackt und sich Tryhard sendt, dieser ist schon gar nicht schön arm. Ja, man. Ja, man. Ich hab' dich nicht gesehen, ich war einfach da. Wenn du mich nicht gesehen hast, warum hast du mich denn getötet? Tryhard hat die Welt verlassen. Tryhard hat die Welt verlassen. Tryhard hat die Welt verlassen. Endlich. Du hast nicht gewonnen. Haha. Schlecht, reingeschickt. Schlecht, schlecht. Schlecht, schlecht. Schlecht. Ich hab' wenigstens mit, in assist und kill gewonnen. Wow, du hast mich runter geschossen. Wow. Ich hatte nur kill. Hä, das hat mich als kill gezielt. Frechheit. Er ist freiwillig runtergeschossen. Echt? Renegade. 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 Trotzdem... Trotzdem ist es schon armselig. Äh, ist der doch? Der wird wieder verkacken. Jo, ich hab' immer den besten. Ja, der, 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 der ist ja grad' im Spiel. Der ist ja grad' im Spiel. Was willst du, Digga? Du hast doch grad... Der hat zwei Runden verkacken. Ja, oder? Ich hab' zwei Runden verkacken. Wir werden verkacken mit den besten Loomen gehen. Äh, ich hab' eine Runde gewonnen, aber... Ohne kill! Ja, eine von drei. Also... Hä, haa. Hüu! Ich hab' dein Lebeteilat. Schach mal lebeteilat. Er wird wieder gewinnen. Er wird wieder gewinnen. Ja, er wird wieder gewinnen. Er ist so geil. Es wird wieder gewinnen. Ich fuhre. Ich mag den. Oh ja. natürlich darf man sich wohl und können die wenigstens mit mir da hinten lag auch noch eine gönne jedoch wie es nicht in der zone kann der nirgendwo nicht nicht was warte mal warte mal bitte ich komme nicht raus so ja ich sag dann bescheid kann weitergehen hast mich ja richtig gut aus der zone ausgebaut man das ist doch wenigstens auf welche du spaß halt warte das war schon wieder so dumm ne brech ab ihre mann biebchen hi ja man wow der hat eine pamp man komm mir das so kacke ja man die pamp hat ne eher junge was soll man machen jetzt halt die fresse alter sagt ja der hat schon verloren aber dann als letzter der erste der verkackt ihr habt schon verloren warum willst du mein clan oder was ja ja dann lass mal gleich kreativ und wieder die beste ich schaue mich an ich schaue mir an wie gut du bist und wenn ich dann sehe dass du so ganz okay bist denn das spiel nein ich weiß wir spielen ja gerade so und dann auf einmal habe ich kann auch einfach das video ja oder so jedenfalls dann schneide ich das zusammen es sei denn du schneidest das zusammen machen wir halt die klaren werden der geld und der und der einsetz anstatt nicht alter daga danken der danken ich werde so hart gestorben alter hübsch 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 kriegt. Mach doch keinen Miesen, Mann. Tyler, jetzt gewinnt, ne? Sein Schmerz! Oh! 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 Ich arbeite an mir, ah ja. Haha. Renegade. Die ist aber von drei von drei Spielern, irgendein Sohn hat die auf Dreieger gestellt. Gut, sie macht erst mal Spielchat und gönnt sich den. Ich hab den besten Lot, ich hab schon gewonnen. Ich kann den nicht einladen, ich hab den nur auf IPEC-Freund. Warte ich mal mit dem Spielchat. Vielleicht ist es ein... Ey, Renegade Trooper! Spiel mal Renegade Raider und komm mal Party! Böhm! Ich hab's die Besten Wachen, habs schon gewonnen. Ich hab' Trommelgewehr. Ich hab' Trommelgewehr. Ich hab' Trommelgewehr. Ich hab' schon gewonnen, hab' Trommelgewehr. Schreifisch. Hä? Das war MEINE WAND! Läuft ihr die Zonen? Kriegt ihr erstmal alle Zonen, bis der wird. Mama, mach mit, weil ich hab ne Paprika und du weißt, ich hab ganz weshalb. Hi. Hi. Oha! Bittiger, ich hab so hart. Neuner Hits. Ich will nicht, dass der Stream Gucci zuguckt, ich lass PS-Taste gedrückt. Ey, der Fisch ganz hier, ne? Der Fisch hat Renegade Raider. Ey, Fisch! Ja. Komm mal gleich bitte mit Renegade Raider rein. Warum? Die anderen glauben mir das nicht. Und mach mal Party-Chat, ich lass dich ein, okay? Ja, um kein Bock mehr so in die Raider reinzukommen. Wenn die die den AFA schicken, nimm die einfach nicht an. Meine hast ja auch nicht angenommen. Was? Meine hast ja auch nicht angenommen, meine Freundschaftsanfragen. Falls die die eine FA schicken, nimm die einfach nicht an. Slayboy, nein, mach ich noch nicht, deswegen sollst du hier ja abonnieren, damit ich das machen kann. Ich wollte, wie du, wie du ganz gut vorher einfach PS-Taste drückst und ich dann den One-Pampele. Das können die ruhig erfahren, dass er so weihgeschissen hat. Los! Ja, wow, ich hätte eigentlich vielleicht gewonnen, ne? Vielleicht. Weil du hattest ja so guten Gut. Mal gucken, ob Renegade Raider jetzt Party beitritt. Bleib mal locker, Digga. Boah. Ja, ich heiße ja aber nicht, ich heiße ja nicht Level. Ich krieg, ich hab noch kein, bisher keine Kombi, also vielleicht von dem, äh, von jemandem, den ich gekillt. Ja, dafür hast du nur eine Pumps, Junge, du kriegst die ganze Pumps. Oh. Weiß, Twilight-Tisch, du hast überhaupt keinen Lack, Twilight-Wix. Also hättet ihr das gesehen? Ich, er hatte keine, er hatte mich eingebaut, keine Trap geplaced. Dann hättet ich mich runter, ganz kurz das Wort an den Trap geplaced. Digga. Tusch, ey. Mal ganz, jetzt kurz, ich probiere zu. Gestern so ohne Spray-Waffen und jetzt ohne Spray-Waffen, ne? Hä? Hä, jetzt wenn er mich snipen konnte, das ist doch so dumm. Wow, der ist so schlecht, ne? Er hat immer den besten Mut. Ebo, du hast ne Minigun, also mal ruhig. Ja, wow, Minigun. Levin, das mal eigene Party machen, ich las dich ein. Okay, nein, Maus. Okay, Levin? Ja. Warte, ich verlasse Party. Kann wer mich abonnieren, Nike, Lucy? Alle bitte Nike, Lucy abonnieren. Ja. 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 Ja, eigentlich schon. Ich will aber nicht irgendwas... Oh, ich hab verlassen. Äh. Ich hab auch verlassen. Ich will nicht irgendwas reinschreiben und dann was anderes machen, weil ich dann keine Lust mehr hab. mit dem Fortnite rein. Äh. Lass mal... Ein Zuschauer, wer ist das wohl? Ja, aber ich hab schon viel früher zugeguckt. Oder bist du das? Mhm. Vielleicht klautzen. Zwei Zuschauer. Okay, dann muss noch jemand anders gucken. Hast du mich blockiert, weil ich nichts in den Chat schreiben kann? Husingazi kann ich mitspielen, 31 auf Kappa. Ich hab dich nicht mehr blockiert. Ein Kommentar. Ich hab dich nicht mehr blockiert. Ein Kommentar. Aui. Kann ich nicht? Aber ich hab dich auch noch nicht blockiert. Reningate Raider. Kann ich mitspielen, 31 auf Kappa. 11. Was das schon wieder für den Sinn ergibt, Husingazi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.